Das ist ein netter Kerl zu sein, Cordwell. Also, du musst unbedingt da runter. Irgendwas kommt da durch und... Oh Mann, sieht das vielleicht fies aus. Ein paar von deinen Kumpels sind vorhin runtergegangen. Hab sie seitdem nicht mehr gesehen. Ich hab hier ein paar Waffen gehortet. Nimm so viel du kannst, du wirst sie brauchen. Viel Glück, Cordwell. Boah, wie's aussieht. Kommen wir jetzt endlich mal ans Ende. So, wir speichern auf jeden Fall vorher ab. Auf beiden Spielständen. Nice, nice, nice. Let's mal alles durchchecken. Was für Waffe sind das? Ich glaube, das wird eine Art... Finale jetzt, hoffentlich, endlich. Daten werden geladen. So, was ist hier los? So wackelt hier alles. Ist hier... Hä? Ach, hier ist Wind. Okay. Wind. Ah, so dunkel ist es gar nicht. What the hell ist das? Ist das jetzt der Endboss? Hey, kommst du das Seil nicht mehr hoch, oder was? Oh, hier können wir uns nochmal mehr aufladen. Geil. Ich probiere mal auf dem Zweiten. What the hell ist das, bitte? Ach, guck mal. Oh, yo, Mundgoro hat uns getötet, alles klar. Okay, das ist der Last Big Battle. Muss man seine Augen abschießen? Kann das sein? Oh, ja, 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 ja. Nein, 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 nicht Mundgeruch, das stinkt. Oh shit, oh shit, oh shit. Du Drecksvieh. Weißt du, wie schwer es ist, mit diesen scheiß stationären Kanonen überhaupt zu zielen? Da stänkert er noch einen zu hier mit dem fucking... Alter. Rast da jetzt ein bisschen aus. Kann das sein? Äh. Nein, nicht Mundgeruch. Hör auf damit. Was ist das? Muss ich das abschießen? Muss ich das nehmen? Muss ich es abschießen? Was soll ich damit tun? Soll ich da rein? Ich glaube nicht, ne? Uah, Mundgeruch. Alter, alter, pass auf. Was du machst? Reg dich nicht mal so... Nee, reg dich nicht so auf. Verdammt. Ajo! Hör auf! Äh, ich hab das Auge schon mehrmals getroffen. Mach keinen Scheiß. Ich hab keine Ahnung, was ich hier truue. I have no fucking idea. Ah ja, schön. Klar, super. Ja, richtig umständlich. Alter, one hit direkt. Uah! Ähm, wie soll ich dann da rüberkommen, bitte? Hallo? Ey, jetzt ernsthaft, wie soll das funktionieren jetzt? Gibt's hier irgendwie noch eine Leiter auf der Seite? Welchen Scheiß gibt's da? Uah, lass mich in Ruhe, du Fettsack. Da kommt man nicht hoch. Uah! Ah, das ist ja iklaft. Ähm, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ach so, ich berühre und sterbe. Okay, ja. Probieren wir es erneut. Erneut, 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 erneuut, 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 erneuut. Ach so, ja. Okay. Aber ich habe gefunden, hier kann man sich dann rüberziehen. Okay. 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 Dann rüberkomme ich schon mal. Ich guck mal, ob das... Also ich weiß nicht, es sieht mal gar nicht mal so falsch aus, was ich gerade tue. Tue. Den Kopf zu mir drehen willst du nicht. Stirb. Stirbt. Wow, jetzt habe ich es verpasst. Oh, mein Auge. Beide Augen. Keine Ahnung, ob das korrekt ist, was ich tue. Oh, verdammt, hab den Mundgeruch nicht beachtet. Jo, klar. Mach das als allererstes. Das ist ja, ist, ist... Jo, übertreib nicht, du scheiß Tentakelmonster. Geh in deine Welt zurück, wo du herkommst. Das ging schneller als gedacht. Na hinten, los. Jo, übertreib nicht, du Vieh. Weißt du, du bist hessen. Ich habe das Gefühl, dieses Vieh wird langsam aggressiv. Je öfter wir es probieren. Alter, was habe ich denn da angestellt? What the hell is das? Jetzt ernsthaft? What... What the fuck? Oh, nerv mich nicht, du... Spacko. Lass mal lieber heilen gehen. Was hab ich? Was hab ich denn da? Was hab ich denn da? Spacko. Du bist ein, da. Nein, Mundgeruch, geh weg. Hau auf. Nein. Ja, super. Dieses fucking Seil, ey. Ich hasse es. Wieso kann er nicht weiter klettern? Haben sie zufällig dieses Heilen beschleunigt? Wieso kann er nicht weiter klettern? Wieso kann er nicht weiter klettern? Wieso kann er nicht weiter klettern? Wieso? Wieso? Vielen Dank.